ADHS in der Schule. Was könnt ihr als Lehrerinnen und Lehrer tun? Wir haben 10 Tipps für euch. Versuche, die Übersicht zu behalten. Kinder mit ADHS zu unterrichten, ist anstrengend. Versuche, einen professionellen inneren Abstand zu bewahren und auch in Situationen ruhig zu reagieren, in denen es schwerfällt. Sei aber auch nachsichtig mit dir selbst und erwarte nicht, dass du immer in allen Situationen pädagogisch perfekt handeln wirst. Überprüfe die Zusammensetzung der Klasse und die Organisation des Klassenzimmers. Prinzipiell ist es hilfreich, wenn Kinder mit ADHS in Klassen mit einer möglichst geringen Klassenstärke oder auch in einer Integrationsklasse beschult werden. Außerdem sollte die Anzahl von Kindern mit ADHS in der Klasse begrenzt sein. Im Allgemeinen ist es für sie günstiger, relativ weit vorne in der Klasse zu sitzen. Ein Tisch, an dem sich das Kind auf die Lehrkraft und die Tafel fokussieren kann, ist besser als ein Gruppentisch mit mehreren Kindern, der so steht, dass das Kind den Kopf drehen muss. Sätze am besten Kinder mit ADHS nehmen Schülerinnen und Schüler, die weniger Probleme haben, dem Unterricht zu folgen. Gestalte strukturierte Arbeitsabläufe. Eine strukturierte Gestaltung von Arbeitsabläufen im Unterricht ist eine wichtige Voraussetzung auf Klassenebene, um insbesondere Kinder mit ADHS optimale Bedingungen für die Aneignung von neuen Lerninhalten zu bieten. Die Kinder sollten immer wissen, was sie während des Schultages und in der aktuellen Unterrichtsstunde erwartet. Während des Unterrichts sollte ihnen klar sein, in welcher Arbeitsphase sie sich befinden und welche Aufgaben sie zu erledigen haben. Stärke deine positive Beziehung zum Kind. Versuche, dir genau bewusst zu machen, was alles im Unterricht ohne größere Probleme oder besser gelingt als früher. Denke immer daran, dass ein Kind mit ADHS wesentlich mehr Kraft und Anstrengung aufbringen muss, um Anforderungen zu bewältigen, die für andere vielleicht selbstverständlich sind. Melde dem Kind die positiven Verhaltensansätze in ansonsten kritischen Situationen zurück. Dafür genügen kurze Zeiten von ein bis zwei Minuten, am besten am Ende des Unterrichts. Sprich Probleme an. Meist ist es sinnvoll, dass du nicht nur mit dem betroffenen Kind, sondern auch mit der gesamten Klasse über die Probleme des Kindes sprichst. Du kannst beispielsweise erklären, dass es dem Kind besonders schwer fällt, sich zu konzentrieren und spezielle Maßnahmen, zum Beispiel ein besonderer Sitzplatz, für dieses Kind eine wichtige Hilfe darstellen. Genauso wie Kinder, die nicht gut sehen können, eine Brille haben. Stelle klare Regeln auf. Besprich mit der ganzen Klasse allgemeine Klassenregeln, die für alle gelten. Lege nur Regeln fest, für deren Einhaltung du auch sorgen kannst. Überlege dir positive und negative Konsequenzen. Fertige gemeinsam mit den Kindern ein Poster mit den Regeln an und hänge es gut sichtbar in der Klasse auf. Mit dem Kind mit ADHS kannst du zusätzlich maximal zwei Sonderregeln vereinbaren, zum Beispiel auf dem Platz sitzen bleiben, bei deren Beachtung auch Sonderbelohnungen erfolgen. Lobe das Kind häufig und unmittelbar. Lobe das Kind immer dann, wenn es etwas gut gemacht hat und vor allem dann, wenn es die vereinbarten Regeln einhält. Bei Kindern mit ADHS kann das Verhalten weniger als bei anderen Kindern durch gelegentliches oder verzögertes Lob beeinflusst werden. Deshalb ist eine häufige und unmittelbare Zuwendung wichtig. Förderlich ist auch ein Belohnungsplan. Bleibe konsequent. Wenn du das Kind regelmäßig dafür lobst, dass es sich an die vereinbarten Regeln hält, dann hast du auch das Recht, immer dann eine negative Konsequenz folgen zu lassen, wenn es sich nicht an die Regeln hält. Die Konsequenzen sollen unmittelbar auf das Problemverhalten erfolgen und nicht erst Stunden später. Sprich nur negative Konsequenzen aus, die du auch durchführen kannst bzw. zu deren Durchführung du bereit bist. Leite das Kind zur Selbstkontrolle an. Ältere Kinder, etwa ab der 4. Klasse Grundschule, können zur Beobachtung der eigenen Probleme und zur Selbstkontrolle angeleitet werden. Er arbeite gemeinsam mit dem Kind Punkte zu Zielsetzung, Problemanalyse und Selbstbewertung und gib regelmäßig dazu Rückmeldung. Halte einen engen Kontakt zu den Eltern. Versuche mit den Eltern in einen regelmäßigen Austausch zu treten. Besprich mit ihnen möglichst klar die auftretenden Probleme. Versuche zu gemeinsamen Problemlösungen zu gelangen. Vermeide dabei eine Haltung, die von den Eltern als vorwurfsvoll wahrgenommen werden könnte. Empfiehl den Eltern gegebenenfalls, therapeutische Hilfe für das Kind in Anspruch zu nehmen. Beobachtung 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 Untertitelung des ZDF, 2020